Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Software Engineering. Heute geht es um das Proxy Pattern. So, zunächst einmal möchte ich folgendes sagen. Die Leute, die jetzt hier sind, weil sie nach einem Proxy suchen, beziehungsweise nach einem Server, der ihre Zugriffe aufs Internet verschleiert, die sind hier falsch. Die sollen bitte auf meinen Kanal gehen, einfach mal unten auf den Link klicken und dort nach einer Playlist namens Anonymität im Internet suchen. Dort findet ihr ein Video über VPNs und Proxys und das ist das, was ihr sucht. Alle anderen, die hier sind, weil sie Software entwickeln wollen, sprich Software erstmal designen wollen, also wie man das ganze Ding entwirft und so weiter, das wissen wollen, die sind hier richtig, denn es geht um das Proxy Pattern heute. Und das, was ihr hier seht, ist UML. So, ja, wenn ihr jetzt wisst, was UML ist und immer noch hier bleiben wollt, dann seid ihr perfekt. Okay, gut, was wir jetzt hier machen wollen, ist, wir wollen einen Proxy Pattern entwickeln oder anwenden, besser gesagt. Was ist der Sinn von so einem Proxy Pattern? Der Sinn ist folgender. Man hat sozusagen ein gemeinsames Target Interface, was vom Client aufgerufen wird. Und dann hat man zwei Unterklassen von diesem Target, in unserem Fall heißt das Ding Target tatsächlich. Und diese beiden erben natürlich automatisch auch diese Funktion FF20, wobei man natürlich hier jeweils den Code hinzufügen muss. Der Trick dabei ist folgender. Dieser FF20-Code hier, der wird von sowohl Proxy als auch dem Real Deal, also das ist das, was eigentlich, auf das eigentlich zugegriffen werden soll, der wird von beiden implementiert. Der Trick ist aber, dass hier der Proxy dem Client gegeben wird und der Proxy verschleiert in Anführungsstrichen den Zugriff auf den Real Deal. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas ändern möchte, dann habe ich hier die Möglichkeit, einfach in meinem Proxy was drumherum zu schreiben. Also sagen wir mal, hier in FF20, also im Real Deal, da ändert sich überhaupt gar nichts. Und wenn ich jetzt allerdings noch irgendwie vorher was machen möchte, zum Beispiel Logging anschalten möchte, Also sagen wir mal, ich möchte hier Logging anschalten, aber dann möchte ich natürlich hier nicht im Real Deal irgendwas machen, sondern ich möchte das Ganze nur kurz im Proxy ändern müssen. Das heißt, ich setze in meinem Proxy vielleicht den Code fürs Loggen ein und rufe dann von meinem Proxy tatsächlich nur die Funktion auf realdeal.ff20, zum Beispiel. Und dann habe ich natürlich hier, wenn ich meinen Proxy an den Client schicke, habe ich automatisch Logging, alles drum und dran, alles dabei. Während wenn ich hier den Real Deal direkt dem Client gebe, dann habe ich überhaupt kein Logging mehr. Und das heißt, man kann sozusagen extra Funktionalität um diesen Funktionsaufruf drumherum schreiben. Ähnlich wie beim Decorator Pattern. Also schon ziemlich ähnlich, allerdings auch ein bisschen anders, weil man hier natürlich ein völlig anderes Objekt noch benutzen muss. Und ja, aber es ist trotzdem sehr ähnlich auf jeden Fall. Was man aber auch machen kann, ist, man kann natürlich hier jetzt Tests reinschreiben. Das heißt, man kann jetzt im Proxy zum Beispiel irgendwas testen und dann durch den Aufruf vom Real Deal tatsächlich hier diesen Test realisieren. Also der Test findet in Proxy statt, der eigentliche Aufruf im Real Deal. Oder man kann natürlich hier jetzt natürlich auch Code Reusen. Also dieses FF20, hier kann ich 50.000 Mal hier drüben aufrufen, interessiert niemanden. Und einer meiner persönlichen Favoriten, ich kann hier natürlich auch einfach hergehen und im Proxy, also sagen wir mal, man hat mehrere Male diesen Aufruf von Real Deal. Man kann natürlich auch hergehen und durch den Proxy durch ein Multifreading realisieren. Das heißt, der Client greift einfach auf den Proxy zu und die FF20-Funktion hier ist überhaupt nicht Multifreaded. Aber der Client macht auch nichts mit Multifreading. Dann kann man ihm einfach so einen Proxy geben und dieser Proxy macht dann alles für einen, der erstellt einen neuen Thread und führt diesen Thread auch aus. Und dadurch kann man natürlich auch Multifreading zum Beispiel hinbekommen ohne Probleme. Also das ist nur eine meiner Anwendungsfälle sozusagen. Müsst ihr nicht unbedingt so machen, war nur eine Idee. Ja und was natürlich hier auch noch sehr, sehr nützlich ist, man kann hier den Zugriff abprüfen. Das heißt, Real Deal, sagen wir mal, ist jetzt irgendwas, auf das nicht jeder Zugriff haben soll. Jetzt kann man hier einfach im Proxy diesen Zugriff überprüfen und abfragen und im Real Deal muss man sich später nicht mehr drum kümmern. Und das ist natürlich auch super, vor allem weil der Client überhaupt nichts davon mitbekommt. Ja, eigentlich eine sehr angenehme Sache, ist auch so ein bisschen das Basispattern von vielen anderen Pattern gewesen. Habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen, dass man das hier relativ häufig macht, dass man irgendwie so ein Proxy hat und dort dann tatsächlich eine Funktion drin. Und diese Funktion ruft eigentlich nur die Funktion, die genau gleich heißt, von einem anderen Objekt auf. Ja, das haben wir schon ein paar Mal hier gesehen. Das ist jetzt sozusagen das Basispattern dahinter. Aber natürlich hat auch das wiederum seine Existenzberechtigung und einige andere Patterns haben natürlich auch eine separate, völlig andere Existenzberechtigung. Trotzdem alle sehr, sehr nützlich. Okay, ich hoffe, ihr könnt das ganze Ding anwenden und habt da irgendwie auch schon einen Einsatzzweck im Auge oder sowas. Wäre natürlich super. Und ja, dann war es das von meiner Seite schon wieder. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.